Was spielst du sonst noch so? Pff, also momentan bin ich halt eher im Abi stresst, momentan zocke ich eher nicht so viel, aber wenn spiele ich halt hauptsächlich Battlefield 4, Battlefield 1, ab und zu Black Ops 3. Ja, Cuphead ist ja eher ein Singleplayer. Und Forza Horizon 3. Okay, cool, cool. So, das ist ja mein Main-Games. Irgendwas zockt ihr noch so? Alles Mögliche. Oha, alles. Boah, eigentlich querbeet. Seto ist ja eher so die Richtung PC, bei mir ist konsolentechnisch momentan sehr sehr viel Siege. Ansonsten die ganzen anderen Spiele kommen momentan echt ein bisschen zu kurz, aber sonst eigentlich hauptsächlich Shooter. Aber eigentlich querbeet, scheißegal. Irgendwas aus der FA kommt von wegen, ey, ich hab Bock auf das Spiel, ja, hab's gekauft, gezockt und fertig. Ja, und ich muss auch sagen, Far Cry, Far Cry 5, wo dann auch Let's Play schon mal, wenn du auf dem YouTube-Kanal mal gehst zu verzwischendurch. Dann Ghost Dragon, Division, Minecraft, Creativerse, Arma, Battlefield. Achso, ja, querbeet also. Fram Shooter, aber eigentlich auch so Rollenspiele, Dead by Daylight. Halt eben, was in der Community Spass macht, weil wir streamen nie alleine. Und Videos mach ich eigentlich auch nie gross alleine, weil ich find's so im Zusammenhang mit Leuten viel viel interessanter und viel viel lustiger. Und ja, dann halt Stick Fight The Game. Ja. Achso, Kleinscheiss. Oder jetzt hab ich mal Among the Sleep gespielt, was Indie-Horror spielt. Okay. Ja, und auch viel Free-to-Play spielen, zum den Leuten auch die Gratis spielen. Ein bisschen zu zeigen. Äh, was, keine Ahnung, ich bin bei den Free-to-Play-Spielen, besonders bei Xbox, gar nicht so. Auf dem ersten Stand, ich weiß gar nicht. Naja, halt, ja auch. Xbox, keine Ahnung. Ja. Ja. Ja, gut, da hol ich mir sonst mal die, äh, Games for Gold Titel dann fertig. Ja. Ich mach mal zwei Stück. Alles egal. Äh. Nur, dass meine Festplatte langsam anfängt zu schwitzen unter den ganzen Spielen mittlerweile. Schon ein bisschen aussortiert. Äh, beim Squad-Beitritt solltest du uns beitreten können. Habt ihr eine Freundschaftsanfrage gesendet? Ja, ich kann über das Xbox-Menü versuchen, gerade mal bei zu trennen. Also über Squad-Beitritt geht's gerade nicht, habe ich schon probiert. Äh, warte, warte, mach's kurz auch anders an. Äh, warte, warte, mach's kurz auch anders an. Hm. Äh. Äh. Ja, doch, jetzt kann ich beitreten. So. Ja. Jetzt kommt er. Blutgebiet ist richtig? Ja. Ja, okay. Und, äh, Hardcore. Oha. Das würde einem Spaß. Ja. Das war dann random. Hardcore. 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 Sonst können wir schlimmstenfalls auch noch wechseln, also. Hm. Man weiß jetzt das erste Mal, dass ich bewusst Hardcore spiele. Mal gucken. Hä. Ich hab früher nur Hardcore gesucht, also. Flüsse geht nicht mehr. Da haben wir uns noch so die ganzen schönen, schönen Themen auf'n Tisch lang mit. Clan-Training und so'n Scheiß. Äh, ja. Hast du B oder D? Äh, D. D. Hast du B? Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel ECO übernommen. D. 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 Die Zeiten sind ziemlich lange vorbei. Jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt gerade Battlefield spiele, ist das echt schade, dass die Zeiten lange vorbei sind. Weil ich spiele echt grottenschlecht und bin wieder zu früher. Ja, sag nicht. Zu unserer Zeit noch Conquest and Rush. Wow. Ja, Battlefield vor, wie lang ist das jetzt hier, anderthalb Jahren? Zwei Jahren? Zwei Jahre schon fast. Wir haben eigentlich auch immer zu fünf gespielt und mindestens drei waren immer unter den besten drei. Und der ganze Squad unter den besten ziehen. Das war noch geile Zeit. Geile Zeit. Da ist ein feindlicher Scharfschütze. Westlich von dir. Die Anfangszeit von Battlefield 4 nie vergessen. So die ersten paar Monate, wo Battlefield 4 gar nicht funktioniert hat. Und wenn du nicht einen abgefreut hast, wenn du mal auf den offiziellen DICE-Servern spielen konntest. Und den DICE-Mitarbeiter gespielt hast, weißt du? Oh geil, wir spielen gegen DICE! Und im Endeffekt, ey warte mal, die Leute von DICE sind voll scheiße. Spass gemacht. Ich kann mit den Verletzten kommen. Wow. Entren uns, PCR. Ja, aber eben, du siehst ja, wir spielen auch nicht so wirklich traktisch, einfach, just for fun. Ja, ich werde morgen wieder reinkommen hier im Battlefield. Fluriges Schiff, ey. Hier ist dein Munizio! Was bist du eigentlich beim Level? Öhhh, 116. Ich weiß nicht, dass ich jetzt rauskriege. Kannst du uns bei mir spawnen? Hast du dir safe? Ja. Transport-Heli über E Richtung B. Schade. Ich wäre sonst bei E. Kriegscope, aber das geht ja nicht. Westlich von dir ist ein feindlicher Helikopter. I'm good. Wir haben Einsatzstil E. Hier ist deine Munition, Mann! Wir haben Einsatzstil E. 6. Wann kommt der erste? 6. Wann kommt der erste? Ich höre BTR. 4 ohne. BTR, Obermassen. Ich habe den feindlichen Helikopter erwähnt. Ich stehe oben noch auf das Boot. So fährt es hier nicht. Da steht der BTR. Kommt man da schnell hoch. Es sind zwei hier. Einer kommt zu dir jetzt die Rampe runter. Der dritte. Okay. Ja, bei mir kommt ein Boot. Seid hoch. Boot? Ein WTN hier drauf. Ich habe ein Boot. Wo ist das Boot? Der BTR da vorne. Ich habe das Boot. Das Boot rein geht nicht. Ich habe das Boot. Ich habe das Boot rein. Ich habe das Boot. Wow, BTR. Wow, zweiter BTR. Achtung! Na toll, ich bin versoffen. Wie traurig ist denn das? Du bist sehr motiviert. Ich habe das erste Mal geschafft, dass ich im Battlefield versoffen. Das muss man auch erst mal hinkriegen. Oh Gott. Warum? Seit über vier Jahren, die ich mit dir in Battlefield spiele. Warum spawne ich immer noch bei dir? Ich bleibe bei dir die ganze Zeit. Pfff. Echt? Ah. Wir kontrollieren jetzt ein der Zill Delta. Was? Hey, jetzt kannst du bei mir spawnen. Nicht. Doch, spawne bei mir. Aus purem. Aus purem Protest schon, ey. Was ist denn ein Heli da? Nee, da ist ein Heli. Nee, da ist ein Heli. Links hat jetzt. Druck ein Heli. Druck ein Heli wegmachen da drüben, oder? Das ist ja Schluss von alleine. Ähm. Immer das Dach da drüben. Bei B. Kann man das suchen. Oder, ne, drüben bei A. Die ganze Höhe. Das war. Rechts. 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 Jetzt gerade zu. Hier, genau. Danke. Truppenhäni, auf welcher Seite bist du? Auf welcher Seite bist du? Mal mal rechnen. Was? Fuck. Er ist gerade links. Link, wenn du sonst kurz Platz tauscht, hättest du. Ja. So, jo. Bruh. Achtung, wir haben Einsatzziel Delta verloren. Ja. Siehst du jetzt dich da? Ich Kämpfer hasse. Ja. Ja. Ich hasse Kämpfer eigentlich so dermaßen auf den Tod und jetzt schwimme ich hier selber aus soem Scheiß davon. Oh, raus. Jo. Ich hab den feindlichen Scharfschütten. Genau endlich ist deine aktuellen Stellung gesichtet. Halt. Ja. 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 Einer ECHO fangt wohl! Rot gehört mir! Oh mein Gott! Einsatzziel ECHO wurde gerade neutralisiert. Ja, ich hab ein Funt mit Ihnen sitzt. Wärtslich verstehe ich! Wärtslich verstehe ich! Seldo, wenn du das nächste Mal draufgehen solltest, wäre es ganz cool, wenn du herkommst, dass meine Munique es so da lassen würdest. Ja, keine Chance. Hat es ja lediglich. Wir brachten sonst einen Pio aus dem Stütz. Oh, jetzt war es nicht wahr. Einsatzziel Alpha ist verloren. Auf uns, ich hab den feindlichen Soldaten in Wolkenwiesen sicht. Auf uns, ich hab den feindlichen Heli gesichtet. Auf uns, ich hab den feindlichen Heli gesichtet. Wir sind weiter snipen unterwegs. Ich gleich nicht mehr. Okay, lass mal dieses Ome-Gammel hier. Guck dir, in der Hänge hinterlassen. Ja. W-ikir's deine Missions! Da ist ein feindlicher Schauensschlüssel! Westlicht, deine aktuellen Position! Der Kack, bitte er! Moin, lieber Zuschauer! Der hat sogar 5 TP! Ja toll, ich stehe vor dem Typen und schiesse mit der Bazooka auf mich. ... 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